Wenn da ein wütender Mob von 150 Leuten am Werk ist, warum keine Bereitschaftspolizei? Ja, wir haben ja die Kräfte angefordert. Es stand aber zu dem Zeitpunkt keine weitere Möglichkeit, oder es bestand keine Möglichkeit, andere Kräfte heranzuführen, eben auch nicht Kräfte der Bereitschaftspolizei. Ich meine, die Bereitschaftspolizei, die ist doch dafür ausgerüstet, die hat diese Ausrüstung. Also dass die in der Stadt wie Leipzig nicht heranzuführen sind, ist doch nun unverständlich. Ja, wenn keine Kräfte im Dienst sind, hat keine Kräfte im Dienst. Dass solche randalierenden Kriminellen hier durch die Innenstadt ziehen können, Scheiben zerschlagen, Leute anstechen und schießen, ohne dass überhaupt dem Einhalt geboten wird, das ist für mich erschreckend. Da verliere ich ein bisschen den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit, die man eigentlich in Deutschland erwartet. Seit Monaten gärt es in der Szene. Erstaunlich, warum die Polizei an den Wochenenden nicht mehr Kräfte vorhält. Als einer der mutmaßlichen Anführer der sogenannten Kanakengängen gilt der 24-jährige Armenier Arthur T. Er wird beschuldigt in der fraglichen Nacht, einen Security-Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Inzwischen hat er einen Rechtsanwalt. Die Tat bestreitet er vehement. Dass es um ihn und seine Gruppe seit Monaten immer wieder Ärger gab, daraus macht er keinen Hehl. Wir hatten mal vor ein paar Monaten überall in jeder Disco Hausverbot und aus diesem Grund, dann haben die Hausverbot zurückgenommen und dann wieder Hausverbot, so war hin und her. Und das war das, weil wir einfach nicht das gemacht haben, was die möchten, was die gewollt haben, uns so verhalten haben, wie wir es wollten. Und die nicht respektiert haben. Aber das heißt nicht, dass wir irgendwas Schlimmes gemacht haben, sondern wir haben so gelebt, wie wir wollten. Was für Arthur T. heißt, leben, wie wir wollen, hat bei anderen Angst und Schrecken ausgelöst. Marco Z. ist der Mann, der an jenem Samstag den Messerstich ins Herz überlebte. Er hält die Situation in Leipzig weiterhin für so angespannt, dass er sich nicht einmal in der Universitätsklinik sicher fühlt. Und so sieht man auf den Fluren des Krankenhauses Bilder, die man so nicht gewöhnt ist. Rund um die Uhr stehen seine Kollegen vom Sicherheitsdienst als Wache auf dem Gang. Was läuft eigentlich falsch in Ihrer Stadt? Gar nicht läuft falsch, um das mal ganz deutlich zu sagen. Es gibt eine Grundsituation in einer Türstehender Szene, die mir Sorge macht, die gewalttätig ist, die aber leider zu unserer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft immer wieder auch dazugehört. Und zwar in Dortmund, in Düsseldorf, in Stuttgart, in Hamburg und auch in Leipzig. Die Leipziger Innenstadt, Ende September. Angehörige einer Rockergruppierung haben einen ganzen Straßenzug besetzt. Exklusive Bilder, die erstmalig deutlich machen, was los war in dieser Nacht. Eine Touristenmeile mitten im Stadtzentrum in der Gewalt einer martialisch wirkenden Gang. Die Männer gehören zu den berüchtigten Hells Angels. Einer Truppe, die immer wieder wegen schwerer Straftaten in den Schlagzeilen ist. An diesem Abend kontrollieren sie mitten in Leipzig Autos. Regeln den Verkehr und tun, als wären sie die Polizei. Stundenlang. Eine Machtdemonstration. Besucher eines Theaters beobachten verängstigt die Szenerie von den Fenstern aus. Mir ist ganz schlecht geworden. Vor allem diese Gewalt, die die auch ausgestrahlt haben mit ihren Jacken. Und dann haben wir gehört, dass eine andere Gang noch im Anzuge ist. Und wir haben beobachtet, dass die hier also rumgestanden haben. Und es war schon eine bedrohliche Situation. Der Intendant des Theaters hatte sogar an eine Evakuierung der Besucher gedacht. Hatten Sie Angst um Ihre Zuschauer, die heute Abend hier waren? Ja. Wir hatten heute Abend 300 Zuschauer. Wenn wir 600, 700 gehabt hätten, hätte ich höchstwahrscheinlich die Vorstellung abgesagt. Weil mir die Masse Mensch da zu groß gewesen wäre. So 300 Menschen kann man noch ruhig halten. Ich hätte versucht, die Türen abzuschließen, die Leute über den Hinterhof nach draußen zu bringen. Mit mehr als 100 Mann demonstrieren die Hells Angels an diesem Abend ihre Macht. Sind Herr der Straße. Und die Polizei, die schaut einfach zu. Es ist richtig, dass am Anfang und am Ende der Gottschutstraße sich einige Mitglieder der Hells Angels postiert hatten. Und eine Sichtkontrolle der einfahrenen Fahrzeuge durchgeführt haben. Also dem geschaut, wer reinfährt und wer rausfährt. Richtig. Also was ist da die Botschaft? Wir sind Herren der Lage. Das ging ja den ganzen Nachmittag. Genau. Wir haben die Situation beobachtet. Wir haben uns im Hintergrund aufgehalten, um die Sache nicht zur Eskalation zu bringen. Im Klartext eine Polizei, die das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand hat. Was sich in der Leipziger Innenstadt an diesem Abend abspielt, sind die Vorboten eines Machtkampfes rivalisierender Rockerbanden. Hells Angels gegen Bandidos. Kurz zuvor hatten die besagten Bandidos hier in Leipzig ein sogenanntes Chapter eröffnet, wie sie ihre Niederlassungen nennen. Am Tor auf Spanisch die Botschaft. Blut für Blut. Das ist wörtlich zu nehmen. Bei dem Kampf um Macht und Einfluss hat es bereits Opfer gegeben. Ein Kampf, der sich jetzt auch auf den Osten konzentriert. In Cottbus werden derzeit vor dem Landgericht Schüsse eines Bandido auf einen Hells Angel verhandelt. In Weimar, wo sich die Bandidos inzwischen ebenfalls breitgemacht haben, wird öffentlich über die Sicherheit in der Stadt gestritten. Bei dieser Diskussion im Rathaus vor drei Wochen wollte man die Rocker selbst zunächst nicht hereinlassen. Verstehe ich ja. Wir diskutieren über uns, oder? Wir haben nicht das Recht herein zu werden. Das ist komisch, oder? Und dann steht morgen wieder irgendwelche Scheiße in der Zeitung. Erst als sie ihre Pseudouniform ablegen, dürfen sie doch rein. Sage und schreibe 170 Ermittlungsverfahren wurden in Weimar bereits gegen Mitglieder der Gänge eröffnet. 83 Mal geht es um besonders schweren Diebstahl, 25 Mal um Körperverletzung. Wie ein Bandido, Motorradfahrer über Fußwege gefahren ist und ein Radfahrer total zusammengeschlagen hat. In Thüringen wird jetzt auf politischer Ebene über Verbote diskutiert. Fakt ist, Machtdemonstrationen der Rocker führen dazu, dass das Vertrauen in den Staat schwindet. In Brandenburg sitzt die Polizei deshalb auf Härte. Hier gibt es allein drei Sonderkommissionen Rocker. Der Kurs in Brandenburg lautet, kein Zulassen von militanten Machtdemonstrationen, das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben, nicht Rockergruppierungen die Straßenhoheit zu überlassen. Wenn man das einmal zulässt, dann zum einen erodiert das das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung insgesamt, das polizeiliche Selbstverständnis und das Auftreten der Polizei werden infrage gestellt. Und es ist eben dann nicht mehr möglich, zum einen Straftaten konsequent zu verfolgen, zum anderen Gefahren konsequent abzuwehren. Und von daher ist das der polizeiliche Auftrag klar der, derartige Machtdemonstrationen nicht zuzulassen. Machtdemonstrationen, wie sie in der Leipziger Innenstadt zugelassen wurden. Ein Vorgehen, das bei denen, die den Aufmarsch der Rocker erlebt haben, nur Kopfschütteln verursacht. Ich verstehe das überhaupt nicht, dass die Polizei nicht in der Lage ist, sowas überhaupt zu unterbinden von vornherein. Ich bin extrem irritiert, wenn sowas stattfindet. Wenn mitten in Deutschland fast über zwölf Stunden eine Straße kontrolliert wird von einer für mich kriminell militärisch organisierten Struktur. Also das ist was, wo ich davorstehe und sage, was ist denn hier los? Vergangene Woche wurde der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2008 vorgestellt. Und wie schon seit Jahren warnte Innenminister Schäuble bei dieser Gelegenheit, dass die Sicherheitslage in Deutschland aktuell vor allem durch den islamistischen Terrorismus bedroht sei. Und wie das so ist, wenn man jahrelang die gleichen Warnungen hört, Gott sei Dank aber nichts passiert, man nimmt sie nicht mehr wirklich ernst. Da sollte man aufpassen, wie Sie jetzt sehen werden. Den Bericht haben wir zusammen mit den Kollegen von Report Mainz recherchiert. Sie kleiden sich wie die ersten Muslime vor mehr als 1000 Jahren und das heute mitten in Deutschland. Sie sind Salafisten, besonders radikale Muslims also, die den Koran wörtlich nehmen und Andersgläubige hassen. Wer den Islam annimmt, kommt ins Paradies und wer es nicht tut, der kommt für ewig in die Hölle. Und da bleibt ihnen die Entscheidung. Die Salafisten stehen im Fokus der Staatsschützer. Bundesweite Razzia vor einem Jahr. Der Verdacht? Die Szene radikalisiert junge Moslems. Verbreitet Hass und Ablehnung. Diesen Salafismus, den schätzen wir als extremistisch ein, weil er einen Ur-Islam predigt, der mit den Grundwerten unserer Verfassung, Recht, Freiheit, Volkssouveränität, nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Bis vor kurzem gehörte Barino Barzum zur Salafisten-Szene. Gegen ihn ermittelte sogar die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung. Doch für den Richter war schließlich klar, Barzum war nur das Sprachrohr seiner radikalen Lehrer. Und was die predigen, hat es in sich. Terror wurde verherrlicht, indem man die Menschen, die hinter dem Terror stehen, verherrlicht. Indem man Menschen wie Osama Bin Laden als fromme Menschen darstellt, als Menschen darstellt, die auf dem richtigen Weg sich befinden. Fakt liegt dieses vertrauliche Papier des LKA Sachsen vor. Darin zeigt sich, hinter der salafistischen Ideologie stecken religiöse Hardliner. Einer der Köpfe, der Leipziger Imam Hassan Dabach. Menschenrechte oder Demokratie passen nicht in sein Weltbild. Aussteiger Barzum hat den Leipziger Imam selbst erlebt. Auf diesem Islam-Seminar 2006. In konspirativer Runde habe Dabach damals Klartext gesprochen. Als die Predigt dann zu Ende war, bildeten sich kleine Gruppchen und dann eben auch eine Gruppe um den Imam Dabach. Und da hatte jemand gefragt, eben wie lautet das Urteil über den Apostaten im Islam. Und der Imam Dabach hat dann mit Erklärungen beschrieben, dass das Urteil die Todesstrafe ist. Derjenige, der vom islamischen Glauben abfällt, muss getötet werden. Lange wurden die Salafisten unterschätzt. Denn die Prediger selbst sind keine Gotteskrieger. Sie sind geistliche Wegbereiter. Allerdings ist diese Ideologie der Salafisten zu 95 Prozent identisch mit der von Al-Qaida und Osama Bin Laden. Und es fehlt nur ein kleiner Anlass, um dann den jungen Salafisten für den Dschihad zu begeistern. Und die Nähe zu Terroristen gibt es nicht nur im Geiste. Von Personen, die dem Umfeld von Al-Qaida zugerechnet werden, hat Dabach Geld bekommen, heißt es im LKA-Bericht. Auch zu Hintermännern der Attentate des 11. September 2001 soll er Kontakt gehabt haben. Nach Erkenntnissen von Ermittlern ist der Imam von Leipzig eine Schlüsselfigur der Szene. So fungiere Dabach als Kontaktperson für islamische Extremisten und Dschihadbereite Kämpfer. Für die Islamwissenschaftlerin Ursula Spuler-Stegemann zeigt das vor allem eines. Der Imam von Leipzig ist brandgefährlich. Also Hassan Dabach hat offensichtlich ganz hervorragende Kontakte zur Terroristenszene, zu Al-Qaida, zu den Sauerland-Terroristen wohl gehabt. Und er kommt mir so vor wie die Spinne im Netz, die also die Fäden zieht. Er hat seine Telefonkontakte, er bespricht mit den Leuten, er wird um Rat gefragt, soll ich bestimmte Aktionen durchführen oder nicht. Aber selber wird er sich nicht die Hände schmutzig machen. Wir wollen Dabach mit den schweren Vorwürfen konfrontieren. Doch der Imam, der bis vor kurzem noch bereitwillig Interviews gegeben hat, schweigt nun lieber. Er weiß, dass es für ihn eng werden könnte. Denn die Staatsanwaltschaft München will gegen Dabach Anklage erheben. Bei ihm wurden volksverhetzende Schriften gefunden. Material, das er zuvor jahrelang ungestört verbreiten konnte. Offenbar hat man die Ideologie gar nicht wirklich so wahrgenommen und verstanden, wie sie gefährlich ist und wie sie wirklich die Köpfe verdrehen kann. Und die Politiker, Geheimdienste sicher auch, haben hier die Situation überhaupt nicht wahrgenommen. Das zeigt sich in Leipzig. Unglaublich, hier in der städtischen Justizvollzugsanstalt dürfte Hassan Dabach Gottesdienste abhalten. Bis heute gibt es kein Hausverbot für den Hassprediger. Ohne Bedenken öffnet der deutsche Staat seine Türen einem islamistischen Schafmacher. Manchmal fragt man sich wirklich, ob es eigentlich so weit kommen muss, dass hier irgendwas sehr konkret ist. Und ich hoffe, dramatisch, ohne irgendeinen Verlust eines Menschenlebens, bis wirklich diese Welt hier aufwacht. Und die ersten Toten gibt es bereits. Der deutsche Salafist Chinat Shifji bombte sich und vier Menschen in den Tod. Aber das war weit weg. In Afghanistan.